Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute mit Fragen über Fragen. Zum Beispiel, ist Flieger wirklich eine Marke? Was ist der Unterschied zwischen Laco und Lanko? Stellt Landerand jetzt in der Zwischenzeit was anderes her als nur Werke? Und was ist eigentlich aus Kienzle geworden? Und ganz zum Schluss, Herr Strom, haben Sie schon den Herrn Hauser danach gefragt. Wenn Sie diesen Scherz verstanden haben, dann dürfen Sie dranbleiben. Auch nach dem Intro. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute der Historiker Ihres Vertrauens. Eigentlich war heute vorgesehen ein ganz, ganz anderes Thema. Es kommt nächste Woche sehr spannend. Aber es sind eine ganze Menge Fragen in dieser Woche reingekommen. Letzte Woche gab es die neue Rubrik von mir. Gib mir 5 und da hatte ich hier eine kleine Grafik an die Wand geschmissen, die denn da hieß, welche Uhrenmarken ich schon überhaupt besessen habe. Und aufgrund dieser Grafik, weil viele wirklich sich genau angeguckt haben, da waren ganz, ganz viele Markennamen drauf, ist einiges an Fragen reingekommen. Und die möchte ich einfach mal ein bisschen zeitnah beantworten, damit wir auch beim Thema bleiben und damit das nicht irgendwo verloren geht. Das andere verschieben wir dann auf nächste Woche höchstwahrscheinlich, wenn nicht nochmal irgendwas Spannendes dazwischen kommt. Beginnen möchte ich allerdings mit einem Wristshot. Und Sie sehen, ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes am Handgelenk. Das ist nicht, wie viele vermuten und glauben und sagen, zu Recht, das ist kein Lügendetektor, den mir der Verband der internationalen Uhrenindustrie ans Handgelenk getackert hat, dass wenn ich jedes Mal einen Blütenwitz mache oder irgendwas Eigenartiges erzähle oder vielleicht die Wahrheit, dass ich da einen Stromschlag bekomme, sondern das ist ein Langzeit-EKG. Wer das von Ihnen schon mal am Handgelenk hatte, der weiß, der Herr Strom war heute beim jährlichen Check-Up. Sie sehen hier die gelbe Zahl, das ist der Intelligenzquotient. Die anderen Zahlen kenne ich alle nicht so besonders. Das heißt, sei an dieser Stelle auch mal nochmal erlaubt, ein Gesundheitstipp von Herrn Strom. Sollten Sie männlich und über 50 sein, gehen Sie einmal im Jahr zum Check-Up. Das macht riesen viel Spaß. Sie kriegen Blut abgenommen, Hörtest, Lungenfunktion bis hin zum Langzeit-EKG und natürlich als absolutes Highlight im zweiten Termin auch mal Finger im Po Mexiko. Aber es ist notwendig und es rettet Menschenleben. So, das hätten wir jetzt aus Gesundheitsmagazin Praxis. Ah, ja, noch etwas anders vorweg, bevor ich zu den Fragen komme. Und zwar wieder mal ein bisschen in eigener Sache am 5 und am 18. März. 18. März ist der nächste Bänder-Workshop und es war sehr, sehr schnell ausverkauft. Jetzt ist mir leider einer der Teilnehmer aus beruflichen Gründen abgesprungen. Sollten Sie also noch Bock haben auf den Bänder-Workshop, also Uhren am Bänder selbst machen, alles Weitere finden Sie da unten drin oder unter herrensalon.de. Dann haben wir noch ein Plätzchen frei. Am 25. Februar ist mal wieder das Uhrenseminar Armbanduhren sammeln. Da sind noch zwei Plätze frei, also für alle, die noch ein bisschen schnell entschlossen sind und einen tollen Samstag im Kreise von Gleichbekloppten und mir verbringen wollen. Die können sich da jetzt eintragen. So hätten wir das. Kommen wir zu den Fragen. Wie gesagt, da standen eine ganze Menge Uhrenmarken. Ich muss das hier immer ein bisschen rausziehen, weil es stremmt sonst. Es standen eine ganze Menge Uhrenmarken da an der Wand. Und das Erste, was da kam, war, weil da auch stand Flieger als Uhrenmarke. Und dann haben zwei oder drei natürlich direkt geschrieben, Strom, da könnte ich ja auch Taucher hinschreiben oder Flieger oder sonst irgendwas. Das ist natürlich keine Uhrenmarke, sondern nur ein Gattungsbegriff. Jein, das ist die Marke, das ist die Uhr, auf der dieses alles beruht, was ich Ihnen gesagt habe. Eine Flieger, die ich selbst mal besessen habe. Ja, wenn Sie jetzt googeln Flieger und Marke, da kommen ein paar relativ abstruse Dinge. Das ist aus den 70er Jahren, 70er, 80er Jahre. Da wurde alles auf Zifferblätter drauf tamponiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Also diese Marke ist wahrscheinlich irgendeine Eigenmarke und irgendjemand hat da was drauf gemacht und hat ein paar Stück davon verkauft. Auch heute gibt es wieder eine Marke, die Flieger heißt. Aber das sind alles so Kaufhaus-Dinger. Da kommen wir leider nachher zum Schluss nochmal drauf. Aber es hatte damals, es firmierte damals wirklich unter einer eigenen Marke. Deswegen, Sie sehen es, Flieger ist bei mir in der Liste und es gab mal Uhren, die diesen Markennamen trugen. Dann kam die nächste Frage ganz zurecht, als jemand sagte, ja, ja, der Strom macht hier immer einen auf intellektuell und kann letztendlich Larko und Lanko nicht auseinanderhalten. Das heißt doch Larko, müssen Sie doch wissen. Mit denen haben Sie doch schon das ein oder andere zusammen gemacht. Auch hier die entsprechende Uhr dazu. Sie wissen, ich komme aus der Vintage-Ecke und das habe ich dann irgendwann mal gesammelt. Das ist eine Lanko, eine wunderschöne Lanko. Als ich dann mal ein bisschen genauer geguckt habe, deswegen auch ganz, ganz herzlichen Dank. Dann habe ich dann rausgefunden, Lanko, diese Abkürzung kommt von Langendorf & Co. Langendorf ist ein Ort in der Schweiz. Immer noch daher auch Larko. Und Sie kennen die Tradition, dass viele Uhrenmarken oder andere Markennamen, gerade aus der Uhrenindustrie, sich so ein bisschen auf den Ort beziehen, an dem sie dann irgendwann gegründet wurden. 1873, wenn ich mich recht erinnere und es mit meinen Augen da von meinem Skript ablesen kann. Deswegen der schräge Blick. Sie verzeihen in mir ab und zu. Ich habe da nicht so alles direkt auswendig gelernt. 1873 gründete Johann Kottmann eine E-Bosch-Fabrik in Langendorf. Im Gegensatz zu Larko, die Abkürzung heißt Lacher & Co. wurde 1925 in Pforzheim gegründet. Bleiben wir aber bei Langko, 1873 gegründet. E-Bosch, das sind Rohwerke. Rohwerke, die noch nicht alle Komponenten besitzen, die dann an andere Uhrenhersteller, sage ich mal so, in Verkehrbringer ausgeliefert werden. Und dann wird dann dort noch das Zifferblatt und andere Teile noch dazu gemacht. Rohwerke, bekannte Hersteller sind zum Beispiel Lemania, Ronda, Selita etc. Und das war auch Langko, die dann allerdings auch eigenständig Uhren gebaut haben. Die Karriere war nicht so riesig groß. Anfang der 70er Jahre ist die Marke, daher stammt auch diese Uhr, ist Langko dann Teil der SSIH geworden, der damals noch Omega-Tissot-Gruppe und ist 1973, genau 100 Jahre nach der Gründung, komplett vom Markt verschwunden. Seither gibt es halt kein Langko mehr. Deswegen ist diese Uhr auch mindestens 50 Jahre alt, wenn ich richtig rechne. Daher Larko und Langko durchaus zwei verschiedene Dinge. Das nächste, über das dann jemand gestolpert ist, auch ganz zu Recht, war, dass ich Landerand als Uhrenmarke aufgezählt habe. Auch da gibt es jetzt den Beweis, es gibt noch mehrere, aber wie gesagt, das sind alles Uhren, die mal in meinem Besitz waren. Das ist eine Landerand. Also, ein Taucher, wie man sieht, mich erinnert es persönlich in ganz kleinem bisschen auch von der Form her an die berühmte Longines Legend Diver, die wir hier sehen. Die zwei Kronen auf der rechten Seite für die drehbare innenliegende Lunette, damit Sie die Tauchzeit ein bisschen ablesen können. Also, Landerand stellte auch Uhren her, wobei ich dann merkte, als ich mich da mal so ein bisschen reingearbeitet habe, Landerand zum Werk, zu dem, was die allermeisten meinen. Auch hier natürlich ein Werkhersteller. 1875 in Le Landerand, und hier haben wir es wieder, in der Schweiz gegründet, stellte am Anfang Rohwerke für Taschenuhren her. Im Jahr 1925 fusionierte Landerand, und jetzt kommt etwas, das müssen Sie einfach mal mitschreiben. Ich will Ihnen ganz, ganz klein bisschen auch damit mal angeben, und ich hoffe, dass Sie es nachher wiederholen können. Im Jahr 1925 fusionierte Landerand und wurde dann zur Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-Mélan-Sécuraux-Salle du Landerand-Sidevant-Charles-Anne-et-Key. Im Deutschen übersetzt heißt das Landerand-Filiale unter Charles Hahn. Endlich mal konnte ich ein ganz klein bisschen meine Französischkenntnisse raushängen lassen. Das hier hat aber höchstwahrscheinlich überhaupt gar nichts mit diesen berühmten Landerand-Werken zu tun, denn in dieser Uhr schlägt ein Ronda-Werk, wenn man mal nachguckt. Und es gibt eine, ja, wie soll ich es mit dem Fachbegriff sagen, Pott, hässlich schlechte Internetseite, auf der Landerand-Uhren verkauft werden. Deren Sitz ist irgendwo in Paris. Und ich schätze mal, das ist so eine Uhr in der Preisklasse zwischen 180 und 250 Euro. Sieht ganz lieb und nett aus, wie sie zu mir gekommen ist. Ich weiß es nicht mehr. Heißt aber auch, ja, der Name, der die Begrifflichkeit Landerung bekannt gemacht hat, ist natürlich ein Werkehersteller, aber trotzdem, irgendjemand hat sich da ein bisschen dran gehängt und bastelt seitdem auch Uhren. So, dann hätten wir auch die abgehakt. Und wir kommen zu Kienzle. Das war eine Frage, die auch zweimal gestellt wurde. Immer im Sinne von, boah, Herr Strom, ich habe auch mal eine Kienzle besessen. Oder in dem zweiten Fall meine erste Uhr, damals noch Kommunionsuhr, war eine Kienzle. Was ist eigentlich aus Kienzle geworden? Deswegen auch hier so ein kleiner geschichtlicher Abriss. Denn da merkte ich auch, das ist hochspannend, diese Marke, die ich natürlich auch noch so aus meinen Jugendtagen kannte oder zumindestens auch, indem ich dann sowas mal gekauft habe, also im Vintage-Bereich. Aber was sich dahinter verbirgt, da war ich doch sehr, sehr erstaunt. Und deswegen so ein ganz kleiner, etwas intensiverer zeitlicher Abriss. Und zum Thema Kienzle begonnen hat, dass die Geschichte zur Firma Kienzle 1822, als Johannes Schlenker in Schwenningen, Uhrmachermeister, eine Uhrenfabrikation startete. Erst knapp 60 Jahre später, 1883, kam Jakob Kienzle dazu, indem er einfach einheiratete in die Familie, was ja schon eine ziemlich praktische Sache ist. Er war kein Uhrmachermeister, sondern er war Kaufmann seitdem. Hieß dann die Firma ab diesem Moment Schlenker und Kienzle. Und die bauten jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr erfolgreich Regulatoren, Taxameter, Stechuhren, alles in diesem Bereich Spezialuhren. Und wie erfolgreich sie waren, sieht man, dass 1899 bereits 400 Mitarbeiter für Kienzle arbeiteten. Und mal knapp neun Jahre später, also im Jahr 1908, waren es schon 1700. Da war richtig Betrieb. Das war eine richtig große Firma. Ab 1910 hat Kienzle die ersten Automobiluhren hergestellt. Also in der boomenden Automobilbranche wurden dann in die bekanntesten Marken, auch natürlich nachher 50er, 60er Jahre, wurden Kienzle-Uhren eingebaut. Und alles, was Rang und Namen hatte, hatte definitiv von vornherein wirklich schon eine Kienzle-Uhr drin. Jaguar, Daimler, BMW, Volvo, Audi, Renault, Ford, Opel und so weiter und so weiter. Die gesamte Crème de la Crème, der damaligen großen Autohersteller. Da war das, was da vorne die Uhr anzeigte, war eine Kienzle-Uhr. 1939 zu Beginn des Krieges hatte die Firma 3500 Mitarbeiter und stellte im Jahr 3 Millionen Uhren her. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind also sensationelle Erfolgsgeschichten, ähnlich wie bei Junghans. Dann kam, hier sehen Sie es auch ein bisschen, die Kienzle-Uhrenfabrik. Damals eine alte Anzeige, da sehen Sie es auch, 3000 Mitarbeiter, die damals in den 30er Jahren für Kienzle gearbeitet haben. Die mache ich jetzt mal weg. Und im Jahr 1956 brachte Kienzle die Volksautomatik raus. Für 65 Euro gab es eine Automatikuhr, die hieß damals dann wirklich Volksautomatik, so ähnlich wie der Volkswagen. Und war millionenfacher Erfolg. 1966 war jede vierte Uhr, die in Deutschland verkauft wurde, die in Deutschland am Handgelenk war, eine Kienzle. Das muss man sich mal vorstellen. Das war fast monopolistische Züge hatte das Ganze in der Zwischenzeit. Und wenn Sie etwas, so ein bisschen kleine Reminiszenz, wo Sie sagen, ah ja, das kenne ich, so ging es mir zumindest. Das waren diese wunderschönen Etui-Wecker. Sie kennen das, diese Reisewecker, die früher jeder hatte, die ich selbst dann noch zwei oder drei zur Kommune geschenkt bekam, weil man ja so als Zehnjähriger unheimlich viel in der Gegend rumreist und dann so mindestens einen Wecker braucht. Aber sehr, sehr beliebt. Der Etui-Wecker, eine Klasse für sich. Schon ab 27,50 Mark gab es das in allen guten Fachgeschäften. Das waren diese Klappdinger. Es hat immer ordentlich schön Klapp gemacht mit einer Federspannung drin. Und dann konnte man das Ding in den Koffer machen und damit verreisen. Ich fand das damals sensationell, mindestens genauso wie die Werbung aus den 50er und 60er Jahren. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon. Ich finde das hammermäßig und wird es mir heute noch jederzeit an die Wand hängen, bekäme ich die Originale. Ein Finger zeigt beim Uhrenkauf steht Kienzle drauf. Das sind noch Sprüche, die man sich merkt. Hat allerdings Kienzle nicht besonders viel genützt, denn in den nachfolgenden Jahren, so 60er, 70er Jahre, gab es mehrere Eigentümerwechsel. Also da gab es unheimlich viel hin und her. Was dann folgte, waren auch mehrere Insolvenzen in diesem Zuge. Und es wurden irgendwann relativ flott, als ansonsten nichts mehr zu versilbern war, wurden auch die Markenrechte verkauft. Und wenn Sie jetzt heute nach Kienzle gucken, dann kriegen Sie dann Informationen, dass es eigentlich 2021 zu der Firma ging. Die Internetseite besteht heute schon gar nicht mehr. Und gerade in den letzten ein, zwei Jahren gingen die Markenrechte an eine Firma, die einfach nur noch Lizensierung zu Produkten rausgibt. Das heißt, dass es heute natürlich noch Kienzle-Uhren gibt. Die werden halt lizenziert. Irgendein Fremdhersteller darf da Kienzle draufschreiben. Und diese Uhren werden an Großkunde und an Handelsketten vertrieben. Also Sie kriegen dann bei Netto, Penny und Kaufland, kriegen Sie dann Kienzle-Uhren. Das ist halt wirklich für große Online-Shops, Otto etc., etc., die dort Kienzle-Uhren verkaufen. Unter den verschiedensten Designs. Es gibt in der Zwischenzeit auch niemand mehr, der darauf achtet, ob das alles noch Hand und Fuß hat. Da gibt es von Funk und Solar und keine Ahnung was. Wurscht, egal. Hauptsache, man hat sozusagen wie so eine Art Eigenmarke in den Supermärkten. Und das ist halt Kienzle. Aber die Marke an sich ist letztendlich sehr, sehr schade platt. Es gibt keine Tradition mehr. Es gibt sehr viel Tradition, aber keine, die fortgeführt wird. Ganz anders, wie es so ziemlich bei jeder Marke ist, die irgendwann mal in Glashütte ansässig war oder in der Zwischenzeit noch mal ist. Wäre Kienzle in Glashütte gewesen, glaube ich, gäbe es in der Zwischenzeit wieder wunderbare Chronographen mit Manufakturwerk unter diesem Namen für Tausende oder zig Tausende von Euros. Ja, das waren die Fragen, die aufgekommen sind. Wenn Sie auch mal solche Fragen haben, schreiben Sie sie mir einfach, mail.strom.de. Die Adresse ist dort unten. Ich hoffe, es war jetzt mal ganz was anderes, aber ich glaube, die Fragen mussten beantwortet werden für diejenigen, die ab und zu mal sagen, Mensch, Strom macht doch mal nochmal ein Uhrenthema. Auch ich habe viel gelernt. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Deswegen ganz herzlichen Dank. Wir kommen in der nächsten Woche zu einem anderen, sehr emotionalen Thema. Mal wieder so ein richtig typisches Stromthema. Da können Sie schon mal sehr gespannt sein. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, wenn Sie es nicht schon sind und denken Sie immer dran, bessere Zeiten beginnen, manchmal auch mit Vintage-Uhren, mit einer riesenlangen Tradition, die es heute leider schon nicht mehr gibt. Ganz herzlichen Dank. Bis dann, Ihr Bernhard Stroh. Bis dann, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020